Die Nacht bricht bald herein, da lege ich mich zu. Die Heide ist mein Aral, das Harkot deckt mich zu. Mich holt der Wache, dreht wohl in den Schlaf hinein. Ich muss so weit, so weit von dir, Maria, sein. Ich muss so weit, so weit von dir, Maria, sein. Mein Name ist André Baleiro. Ich bin ein Sänger von Portugal, Lisbon. Ich bin Pedro Costa. Ich bin der Pianist von der Duo. Ich komme auch aus Portugal, aber aus Porto. Es ist sehr einfach mit Pedro, weil er ein sehr guter Mensch ist. Es ist immer schön, in der Rehearsal-Rolle, zu exchangeen Ideen und zu versuchen, neue Dinge zu tun. Seitdem wir in verschiedenen Bereichen leben haben, wir hatten eine sehr kleine Zeit, um wirklich zusammenarbeiten zu arbeiten. Aber wenn wir das tun haben, wir haben mehr Zeit zu sprechen, als zu spielen, weil wir nur die Songs zusammenarbeiten. Das ist Teil unserer Arbeit. Es war sehr schön. Und dann ist es plötzlich, wir sind schon einmal eine Stunde über diese Pizze oder diese Pizze. Ich lerne viel. Ich lerne viel. Von Lüsten und Treue Zerriss man die Brust Die rasend in verzweifelten Lust Breche ich im Frühen mir rumen zum Strauß Führt doch kein fröhlicher Herz dich daraus Wird aus dem Schrei Doch nie immer gesagt Herz, oh mein Herz Madness! Ja, Madness. Madness was our most common theme. In Musik funktioniert es wirklich gut, weil es gibt verschiedene Kontrasten zwischen slow und mellow Musik und wirklich energetisch. und so it makes for a very varied program. Musik Zerriss Musik Musik And to observe as much as possible the poem and analyze it and experiment it, choosing as well the song accordingly to the program that we are going to construct. But with Schubert, I mean, of course there's the standard repertoire that we all know, but there's always a new song to discover. Schubert is a big world. He wrote more than 600 songs, so there are always new jewels to be discovered. Musik 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 It's always very important to keep getting feedback from, especially from experienced singers and pianists, and to always keep thinking about what you're doing and what you can do better. We are very grateful that this competition really gives the chance for all participants to have these feedback sessions. They are, and they take time, it's not, it has to be in five minutes, and no, we really have a great conversation with all the jury members, all of them, and we can really exchange opinions, get the feedback from them, and it's very nice. And I wish that more competitions would also follow the Schubert competition. And I wish that they're going to be in a different direction.